Wir sind nach da gelaufen. Nein, da. Sind wir von da gekommen. Wir sind dann da. Nein, wir sind nach zur Mauer gelaufen. Achso. Zum Rand. Ja, doch, stimmt. Das ist am gefährlichsten. Alle suchen den Ausgang am Rand. Wir suchen den Ausgang in der Mitte. Okay, dann gehen wir hier lang und nach rechts. Und dann gehen wir da an den Rand. Ja, kommen wir zurück. Ich wollte hier nach hier erstmal. Achso, okay. Aber die sind ja auch in die Richtung gegangen. Ja. Langsam macht sich im Team Verwirrungen breit. Gibt es einen Ausgang und wenn ja, wo befindet sich dieser? Werden sie ihr Leben schützen können, um das Ziel rechtzeitig zu erreichen. Okay, wir gehen jetzt nur noch am Rand, ja? Also hier immer links. Toll, meinst, drei Röte gesehen haben wir so. Wir haben noch nicht gesehen. Wir haben noch regeguckt. Es gibt nur noch eine Lösung, wie wir hier rauskommen. Wenn wir da notieren. Wir nutzen unser zweites Item. Das ist alles hier zum Bewerfen. Und eine Granate oder so. Und das ist ein Kompass. Wir müssen da lang. Oh Mann. Er hat uns die Richtung geweiht. Jetzt kommen. Oh Mann. Das ist ein bisschen altertümlich, muss ich sagen. Ne, warte mal. Wir hören erstmal, wo die sind. Ich weiß ja nicht, ob wir es hören. Ich glaube, die sind da, ne? Na, voll, waren die da. Und die anderen waren ab und zu. Warte mal. Du hörst die Kamera die ganze Zeit zu scheiße. Das sehen wir uns ja ganz im Summenhafen, wenn wir gucken. Hier ist der Ausgang. Schau dir mal vor, die anderen sind jetzt gerade am Ausgang und wir rufen, hier ist der Ausgang. Jetzt kommt mein Simon-Assassine-Skin. Hilft ja sehr viel. Oh, guck mal hier. Das ist eine Falle. Das ist eine Maisgrube. Der war ein Soroid am Weltkrieg. Jetzt können wir keine Rauchbomben mehr haben. Das ist ein blöder Kompass. Das kann ja nicht funktionieren. Brustspuren. Freibandphase. Falls ich nicht mehr zurückkomme, ein blöder Kompass. Das ist ein blöder Kompass. Danke. Seh mal. Vielleicht zeigen die uns den Weg zum Ausgang. Aufpassen, wenn es zu mies ist. Was denn? Wenn die den Ausgang finden. Übrigens, Kinder, das spannende Hörbuch gibt es jetzt im Internet zu bestellen. Zum Download bereit für 9999999999999. Ich probiere das nochmal. Das ist wie der Rand. Geht's neu? Ne. Ein bisschen aufpassen. Ne. Ich frag mich. Das war's für heute. Ich bin ja in der Profession einen Weg gegangen. Wir sind gefangen! Oh! Eine Banane! Kann man schälen! Hoffentlich kommt da niemand. Oh schnell! Die ist doch ganz grün, so frisch wie die ist. Ja, bei der Produktion gab's ein paar Probleme hier. Er hat langsam Haare bekommen. Aber trotzdem knackig frisch. Okay, wir machen uns jetzt auf den Weg. Nach Verdania City! Auf dem Weg nach Verdania City! Auf dem Weg nach Verdania City! Boom Boom! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Wir sind ab! Musst du mal die Leute sind? Was ja egal! Ich! Cool denn der Meister! Komm her! Mal zur Seite! 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 Und ich bin jetzt dafür verantwortlich das Video zu beenden! Adios Amigos! Bis zum nächsten Mal! Da hört gar nicht mehr auf zu fallen. Das ist bloß nicht gemacht.